Anna-Maria Ferchrichi, niedliches Video zeigt Schritte ihrer Drillinge. Bushido, 44, und seine Frau Anna-Maria Ferchrichi, 41, lassen ihre Follower, ihnen an ihrem glücklichen Familienleben teilhaben. Die achtfachen Eltern teilen dabei nicht nur niedliche Fotos, sondern auch herzerwarmende Videos. In diesen Momentaufnahmen wird deutlich, wie stolz sie auf ihre Kinder sind. Einen ganz besonderen Moment mit ihren jüngsten Kindern teilt Anna-Maria Ferchrichi, 41, auf Instagram und sorgt damit für viel Begeisterung bei ihren Fans. Im Video sehen Sie, wie sehr sich ihre Drillinge mit Mama über die ersten Schritte ihres Lebens freuen. Verwendete Quelle, Instagram-Com-Stories Anna-Maria Ferchrichi.